Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, bei einer weiteren Folge von Final Fantasy 16. Also, stürzen wir uns rein. Irgendwie ist Torgel wohl krank, meinte Karon, und dem gehen wir natürlich sofort nach. Da liegt er rum. Zu deiner Nachricht. Du hast geschrieben, Torgel sei krank? Du kannst also doch lesen. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ob er wirklich krank ist, aber irgendwas stimmt da nicht. Er will seine Leckerlis nicht. Die ausgekochten Knochen aus Mollys Brühe hat er immer geliebt, und jetzt rührt er sie einfach nicht an. Das ist nicht normal. Deshalb frage ich mich, was mit dem armen Tier los sein könnte. Scheust du ihn zu viel durch die Gegend? Nicht mehr als sonst. Ist es das, Großer? Brauchst du eine Pause? Was ist er nochmal? Ein Frostwolf? Laut Apokratis, ja. Vielleicht hat es dann irgendetwas mit diesen neuen Kräften zu tun, die in ihm erwacht sind. Das könnte natürlich zusammenhängen. Ich werde mit Apokratis reden. Mach das. Wenn jemand was weiß, dann er. Vielleicht bräuchte er einfach mal wieder eine frostige Umgebung, ne? Guck mal ganz schnell, was sie im Angebot hat. Clive. Ja. Ja, Karon. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Diamantschwert, okay. Seidenscherpe. Man ist schlechter. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Die Zeiten sind hart. Sie hat noch was über Himmelsphänomen. Ich hoffe, du erwartest jetzt nicht von mir, dass ich eine Erklärung dafür habe, was mit dem Himmel los ist. Meiner bescheidenen Meinung nach steht schlicht und einfach das Ende der Welt vor der Tür. Alles versinkt im Chaos. Jeder zweite Geschäftspartner studiert seine Bestellung bei mir. Und ich rede hier nur von den Leuten, zu denen der Kontakt nicht ohnehin schon abgebrochen ist. Aber wie sagt das alte Sprichwort so schön? Jede Notlage ist eine Chance. Der Markt für Waffen läuft besser denn je. Ich finde schon einen Weg, wie ich den Laden hier am Laufen halte. Keine Sorge. Ich lasse niemanden verhungern. Egal, was passiert. Also Ultimas-Wolken halten sich überall aus. Das Ende der Welt steht bevor. Nee, kein Gewitter. Mit ihm stimmt etwas nicht. Ist er etwa krank? Das glaube ich nicht. Aber Karin ist aufgefallen, dass er keinen Appetit hat. Und das gab es bisher noch nie. Angeblich rührt er seine Knochen nicht mehr an. Und wir fragen uns, ob das mit den Ereignissen in Rosalie zu tun haben könnte. Hm. Das könnte tatsächlich sein. Ich hätte eine Vermutung. Kanidae fressen vor allem deshalb Knochen, um an das nahrhafte Markt darin zu gelangen. Und ein Frostwolf wird da keine Ausnahme bilden. Es ist jedoch denkbar, dass Torgall schlichtweg das Interesse an unseren Suppenknochen verloren hat. Möglicherweise benötigt er für seine neuen Kräfte andere Nährstoffe als bisher. Dann könnte es nämlich sein, dass die Suppenknochen, die Karin ihm gibt, diesen Bedarf nicht decken. Frostwölfe reißen häufig größeres Wild, dessen Knochen andere Nährstoffe enthalten als die kleinerer Tiere. Es gilt also, einen passenden Ersatz zu finden. Im Osten Rosarias leben gewisse Waisen-Antilopen, die mehr als doppelt so groß wie ihre kleineren Artgenossen sind. Ich glaube nicht, je welche gesehen zu haben. Kein Wunder. Diese Pflanzenfresser sind sehr scheu. Sie haben sich in entlegene Gebiete zurückgezogen. Wenn ich mich recht entsinne, trug sich die letzte Sichtung nahe Cressida zu. Das ist allerdings schon Ewigkeiten her. Immerhin. Ein guter Anhaltspunkt für die Suche. Weidmanns Heil, Clive. Weidmanns Dank. So, wir gehen den anderen Aufgaben auch gleich nah ab. Vielleicht führen die uns ja in die gleiche Richtung. Das wäre natürlich praktisch. Praktisch, praktisch wäre das. Sehr praktisch. Na, Götz? Danke, dass du mich im Dominium nicht sitzen gelassen hast. Werd ihr nicht gekommen, wäre ich wohl heute noch da. Ich habe Tante Karon gesagt, dass wir auf dem Phönix zurückgeflogen sind. Aber sie glaubt mir nicht. Kannst du ihr sagen, dass das stimmt, Clive? Götz war ja auch mit... Ah, den habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich hätte ihn also vergessen. Ah. Ah, ist wirklich ein bisschen dunkler, ne? Sehr viel dunkler. Der denn da? Der Adler fliegt hoch überm Kapp. Doch wenn der Drache Hunger hat, fliegt er schneller und macht schnapp. Der Drache frisst sich dick und satt. Prima. Super. Aber da ist noch wenig Sonnenlicht. So, Schledon, was los? Ich wollte nur wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist. August macht sich etwas Sorgen. Er denkt, du könntest immer noch Selbstzweifel haben, obwohl wir die Sache mit dem Kyras ja klären konnten. Bedrückt dich noch etwas anderes. Manchmal hilft es zu reden. Phe, August. Der Kerl ist stur wie ein Esel. Aber ihm entgeht einfach nichts. Karon hat mir was gezeigt. So was hatte ich noch nie zuvor gesehen. Was war es? Ein Schwert. Seltsam geformt. Mit einer einschneidigen Klinge. Das Metall war nichts Besonderes, aber... Meine Fresse. Es war scharf. Damit könnte man einem Mann sauber den Kopf abschlagen und er würde es erst merken, wenn er ihm von den Schultern rutscht. Das beschäftigt dich also. Eglich. Nein, nein, nein. Es beschäftigt mich nicht. Es ist mehr als das. Es lässt mir keine Ruhe. Wie kriegt man eine Klinge so scharf? Ich drehe noch durch. Und wenn du wüsstest, wie... ...dann hätten unsere Fluchbrecher bessere Waffen. Genau mein Gedankengang, ja. Ich höre mich mal um. Schärfere Klingen können nie schaden. Und wir wollen ja nicht, dass du noch mehr schlaflose Nächte hast. Du kannst auch nicht anders, was? Aber ich will mich gar nicht beschweren. Viel Glück. Danke. Mal sehen, was Karon über dieses Schwert weiß. Die freut sich bestimmt, dass wir schon wieder da sind. Das ist immer so liebreizend. Das wundert mich nicht. Es gibt nicht viele Schwerter dieser Art auf diesem Kontinent. Und die sind wahrscheinlich alle in privaten Sammlungen. Darum habe ich auch schnell einen Käufer gefunden. Also hast du es schon verkauft? An wen denn? Die Namen meiner Kunden behalte ich für mich. Aber ich schätze, du hast nicht vor, mir Konkurrenz zu machen. Also... Gut. Ich sag's dir. Aber dann war's das mit der Fragerei. Lord Ignaz heißt der Mann. Mein Dalmeker. Und leidenschaftlicher Sammler. Außerdem hat er mehr Geld als Verstand, weshalb er zu meinen Lieblingskunden zählt. Ich hatte ihm das Schwert in Dali Mill verkauft. Vielleicht ist er noch da. Dann versuche ich es dort. Ach, und er... ...ist etwas exzentrisch. Also stell dich besser auf Ärger ein. Danke für die Warnung. So. Noch zu gut hier. Und dann können wir weiter. Lassen wir die Sonne je wiedersehen? Ja, da ist sie doch. Da. Da ist die Sonne. Da guckt. Da oben. Hier ist auch der... Und Spy. Zu dumm, dass es jetzt nur noch eine gibt. Das ist unser Ende. Wir müssen den Nacken ein bisschen noch hoch machen. Er guckt auch in die falsche Richtung. Er guckt ja da lang. Da ist die Sonne. Ach, die hören ja gar nicht auf mich. Also wenn du mich fragst, braucht sich da was zusammen. Ja, ja. Da braucht sich ordentlich was zusammen. Die Leute im Versteck munkeln, lässt der Himmel einen Wahnsinn. Der große Sturm kommt über uns. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Gibt es denn hier so ein Wettgeflüster? Ui. War es das? Hat sie auch was anderes noch zu sagen, oder? Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Es stimmt doch nicht. Ach, sie redet gar nicht weiter. Es stimmt doch nicht, was man so hört, oder? Ja, Clive, dass die Welt endet. Alles war schon schwer genug, bevor sich der Himmel verdunkelt hat. Aber jetzt? Ich weiß nicht, wie lange wir das alles noch aushalten. Wir haben schon so viel verloren. Ist das immer noch nicht genug? Irgendwann muss das doch aufhören. Ja, da haben sie ein bisschen gespart, ne? Okay, gut, jetzt möchtest du. Clive, hast du den Brief gekriegt? Nein. Darum bin ich hier. Pssst. Otto darf uns nicht hören. So, jetzt besser. Etwas. Ja. Clive. Ich muss dir was sagen. Sieht aus, als wären wir ein wenig im Zahlungsrückstand bei einigen Gläubigern. Und es könnte vielleicht meine Schuld sein. Aber ich dachte, das wäre alles längst abbezahlt. Wirklich? Ich habe da wohl das ein oder andere... Äh... Übersehen. Und auch falsch aufgeschrieben. Ich bringe das alles in Ordnung. Versprochen. Es wird nur eine Weile dauern und... Otto darf auf keinen Fall davon wissen. Tja, zu spät, würde ich sagen. Otto! Du bist ja auch hier. Verstehe ich das richtig? Du hast vergessen, unsere Gläubiger zu bezahlen? Und kommst damit nicht gleich zu mir? Sondern wendest dich an Clive? Und er sollte jetzt da also raushelfen. Clive. Er hat den Ort aufgebaut, den du gerade fröhlich ruinierst. Und du dachtest, das wäre ein guter Plan? Wirklich? Und... Wem schulden wir was? Ach, äh... Nur Martha. Der Madame... Und auch, äh... Caron. Aber nur 500 Milliarden. Wir schulden drei unserer engsten Verbündeten 5 Millionen Gil? Ja. Jedem davon. Oh. Sie haben uns den Großteil des Geldes für den Wiederaufbau geliehen und, äh... Da muss mir wohl was... Entgangen sein. Die Buchhaltung war meine Aufgabe. Und ich bin derjenige, der sie dir anvertraut hat. Es ist meine Schuld. Haben wir das Geld? Wenn nicht, kann ich meinen Onkel fragen. Nein. Tun wir nicht. Und nein. Wirst du nicht. Wir haben Lord Rosfield schon genug geschröpft. Er hat uns so großzügig beschenkt. Da werden wir nicht auch noch bei ihm betteln gehen. Außerdem... Wir müssen lernen, selbst zurecht zu kommen, wenn das Versteck überleben soll. Na gut. Aber du musst das Problem trotzdem nicht allein lösen. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht ja. Bringst du die hier für mich zu Martha und Madame? Steine. Steine, sagt er. Bring mir auch nur schlappe tausend Myriaden pro Stück. Die haben Sid und ich damals auf die Seite gelegt. Für schlechte Zeiten. Und ich denke, 15 Millionen fällige Schulden kann man getrost so nennen. Hoffen wir, dass unsere Freunde sich etwas besser auskennen als du. Da bin ich sicher. Hm. Eigentlich sollte ich selbst gehen. Aber du weißt ja, wie es hier ist. Einer muss ja Anweisungen und Arschtritte geben. Ich weiß. Deswegen übernehme ich das gern für dich. Gott je. Warum wohl hat unser Clive jetzt nur zwei Sternrubine? Weil du möchtest, dass Charon mich umbringt? Um ihn würde es mir nämlich leidtun. Ja. Dann sehen wir uns hoffentlich bald. Keine Sorge. Charon wird sicher Verständnis haben. Wirklich? Ganz im Ernst? Nein. Eher nicht. Schön. 15 Millionen. Krass. Clive! Die jüngsten Ereignisse. Ich bin ja sonst kein Pessimist, aber... Die Welt geht vor die Hunde. Früher ging es in den Berichten um Truppenbewegung und Chancen, Träger zu befreien. Jetzt dreht sich alles um Ätherfluten. Angriffe von akasischen und immer mehr Banditenüberfälle. Die Fluchbrecher und unsere anderen Verbündeten tun, was sie können, um irgendwie Land zu gewinnen. Sie brauchen so viel Hilfe wie möglich. Wir alle zählen auf dich, Clive. Okay. Lass da draußen auf dich auf, ja? Machen wir. Ich würde ganz gerne auch mit Vivian reden. Was gibt es heute? Was sie so sagt. Die Lage, weil ich es hier ist. Erlaube mir, dich aufzuklären. Ja, ich hätte gern so Aktuelle. Es ist wichtig, seinen Platz in der Welt genau zu kennen. Der gekürzte Schweif. Im Zug von Bahamut zur Raserei im Himmel über die Chasie, die große Teile der einzigen Hauptstadt im Trümmer legt, wird auch Drachenschweif zerstört. Nun verbleibt nur noch ein einziger Mutterkristall, ein ganz Wallister. Drachengras. Weit entfernt in der Ödnis von Aschra. Ja. Das hat mich jetzt mal interessiert, ob das Kaiserreich jetzt zerfallen ist, so ohne herrschende Herrscherfamilie. Die Lage der Welt ändert sich stetig, Clive. So, dann geht es jetzt erst mal müde Knochen beseitigen. Aber wir können nicht reisen, warum nicht? Ich will aber reisen. Hallo, ich möchte gern reisen. Wir können echt nicht reisen. Na gut, dann reden wir erst mit Otto. Otto. Was sagt der zu allem? Das kann... Otto, wie ist die Lage? Die Lage? Eigentlich wie immer. Abgesehen davon, dass es keine Mutterkristalle mehr gibt und der Himmel aussieht, als würde er uns auf den Kopf fallen. Und Gav? Der ist mit deinem Onkel nach Canva und hilft dort mit, mit ihren Plänen. Als das Wetter umgeschlagen hat, habe ich einen Stolas geschickt. Noch kam keine Antwort. Gibt's denn gar nichts Erfreuliches? Kommt drauf an, was du unter erfreulich verstehst. Also nichts. Was denkst du sollen wir tun? Was? Ich? Ich bin nur der Bote. Die Denkarbeit überlasse ich den klugen Köpfen. Vielleicht haben Vivian und Harpo sich schon Gedanken gemacht, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht aber auch nicht. Frag sie am besten selbst. Gut, mach ich. Wir können vermutlich noch nicht reisen. Na, tatsächlich. Mano. Bilderbar. Jedes Mal, wenn du das Versteck verlässt, stelle ich mich innerlich schon auf die nächste Katastrophe ein. Das Los des Dominiums ist aber nicht deine Schuld. Wer hätte ahnen können, was der Prinz tun würde? Tut mir leid, dass ich es nicht verhindern konnte. Meine Landsleute sind stärker, als du denkst. Ein paar eingestürzte Türme werden ihren Willen nicht brechen. Sie werden sich bald davon erholen. Das hoffe ich. Sieh uns an. Als hätten wir nichts Besseres zu tun. Trübsalblasen führt uns schließlich nicht zu einem Ausweg aus dieser Misere. Du glaubst, es gibt einen Ausweg? Vielleicht. Um ihn zu finden, müssen wir allerdings zunächst die Fakten analysieren, die uns bekannt sind. Na denn. Alle Stifte raus. Schreiben wir einen Test. Unter dem unheilvollen Himmel breiten sich Furcht und Verunsicherung in Valistea aus. Natürlich hatte das Land rund um die Mutterkristalle schon vor deren Fall zu welken begonnen. Doch nie wie jetzt. Die Kristalle, die Brunnen gefüllt und Herde befeuert haben, sind auf einmal so nutzlos wie funkelnde Felsbrocken. Und die Splitter, die die Menschen bei sich tragen, spenden nicht das ersehnte Licht, das sie vor der Finsternis schützt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle glauben, dass uns der Untergang der Welt bevorsteht. Allerdings befürchte ich, dass uns ein schnelles Ende verwehrt bleiben wird. Denn während große Teile der Welt verdorren, werden andere von Äther überschwemmt. Und alles, was lebt, wird akasisch. Eine Marsch dieser seelenlosen Horden würde selbst die stärkste Nation nicht standhalten können, wenn sie sich nicht auf rettende Magie verlassen kann. Rosaria und das Eiserne Königreich drohen zusammenzubrechen, während Sanbrek seit der Tragödie von Dichasia in Starre verfallen ist. Um Dalmekia steht es nicht besser. Es heißt, dass die Minister nach dem Fall Drachenfangs die Hauptstadt fluchtartig verlassen und somit den Niedergang ihrer geliebten Republik besiegelt hätten. Balut scheint hingegen einem Plan zu folgen. Denn die Einherjahr wurde vor der Küste Stürms gesichtet. Du siehst, die Welt versinkt im Chaos. Wie sich herausstellt, ist unsere Zivilisation kaum mehr als ein zerbrechliches Kartenhaus, das bei der nächsten Erschütterung in sich zusammenfallen wird. Ein Kartenhaus. Nicht meine beste Analogie, aber treffend. Die Berichte unserer Leute waren weitaus direkter im Ausdruck. Ohne den Schutz ihrer Nation müssen die Menschen sich selbst den Kräften entgegenstellen, die ihnen ihr Eigentum entreißen wollen. Und das kann nur zu einem Ausgang führen. Einen Gutshof gegen ein paar Chocobo-Diebe zu verteidigen, ist eine Sache. Doch eine Armee lässt sich nicht mit Mistgabeln und Holzzäunen aufhalten. Sollte der König von Balut einmarschieren, gäbe es keinen Widerstand. Hm. Außer von uns. Das klingt als unser Plan mit den Mutterkristallen doch nicht so kröver, ne? War zwar eine schöne Idee, aber hm. Oder wir greifen Odin direkt an. Schleichen uns rein. Machen den Kristall kaputt. Doch Ultima scheint es irgendwie überhaupt nicht zu kümmern. Ich hätte gedacht, er ist mit denen irgendwie verstrickt oder daraus nähert er seine Macht. Lass mich raten, ihr möchtet mich über den Himmel befragen. Das habt ihr beeindruckend kombiniert. Darauf zu kommen war nicht sonderlich schwer. Was den Aufruhr über den Wolken angeht. Dazu werden euch die Gefallenen mehr Antworten geben, als ich es je könnte. Und am sechsten Tage rissen die Götter die Sonne vom Firmament und brachten Dunkelheit über ihre hochmütigen Kinder. Sicher wurden die Sünden von Semeckis auch euch in eurer Kindheit eingebläut. Wollt ihr etwa sagen, dass Ultima einer dieser Götter war? Nun, die Kräfte, die er besitzt, würden sterblicher als göttlich betrachten. Er ist alles andere als göttlich. Er wäre nicht der erste Gott, den Grausamkeit auszeichnet. An Erzählungen mangelt es uns zwar keineswegs, doch historische Aufzeichnungen zu den Sünden finden sich kaum. Moss, der Chronist, wusste sicher mehr dazu. Bedauerlicherweise liegen mir seine Notizen nicht vor. Bitte verzeiht mir, Clive. Das kann ich nicht. Denn es gibt nichts zu verzeihen. Ihr steht uns immer mit so viel Wissen und Weisheit bei. Dafür stehen wir tief in eurer Schuld. Mal sehen, was Otto zu Vivians und Apokrates Überlegungen zu sagen hat. Oh. Das könnte natürlich auch sein, ne? Dass die Kristalle gar nicht von Ultima geschickt worden sind. Aber warum hat er denn den ersten verteidigt? Dass er nicht zerstört wird. Ha, Fragen über Fragen. Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Hm. Clive, wir haben ein Problem. Nur eins? Mal was Neues. Hast recht. Im Grunde sind es drei. So viele Stolas sind hier nämlich gerade reingeflattert. Vor Marthas Toren scharen sich wohl Akasische. Und Isabel lässt uns wissen, dass die Gegend um Nordstedt von Monstern heimgesucht wird. Und Dali-Mill auch. Nubur sagt, Banditen hätten sie überfallen. Das hat noch gefehlt. Das kannst du laut sagen. Die Fluchbrecher haben im Dominium gerade schon alle Hände voll zu tun. Und selbst wenn ich sie erreichen würde, kämen sie wohl zu spät, um noch helfen zu können. Das bedeutet, es kommen nur zwei Leute in Frage. Jill und ich. Machen wir uns schnell auf den Weg. Endlich können wir reisen. Problem am Marthas Rast. Dann müssen wir eh hin. Ich möchte trotzdem erst müde Knochen machen. Ja. Da oben. Da auch. Ja, da auch. Haha, hiwaii. Okay. Da ist auch noch den blöden Dingschen Ari waren. Den müssen wir auch noch kriegen. Ich hab das mal so gestänkert. Wir holen uns trotzdem erst die Knochen. Das wäre Torgal. So was fand ich schuldig. Was mache ich hier? Ich muss wieder raus und kämpfen. Meine Brüder brauchen mich. Ja. Aber Torgal braucht uns auch. Der braucht uns eigentlich noch viel mehr. So. Ambrosia. Ambrosia. Wo bist du? Komm mal hierher. Put, 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 put. Gut so. Yeah. Und los. Schneller. Ditt, ditt, ditt. Todesblüte. Gott. Ach, jetzt wird ja auch schon alles rarkasisch. Sind wir richtig? Nein, natürlich nicht. Die sollte aber auch so sein. Boah, jetzt wird es ja richtig ab. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ach du Scheiße. Karsus, Chaminotaurus. Das ist sehr ruhig. Ja. Wäre ich eine riesige Antilope, würde ich mir hier gefallen. Antilope, in der Sitze. Komm, einherz. Das finden wir sicher nicht. Hast du noch 100 Torgal? Und den müssen wir dann umbringen. Hallo. Ich glaube, nicht schält, sollte man gar nicht. Wir bringen also alle um. Okay. Nein. Ach, egal. Gar nicht übertrieben. Für Antilopen. Gleich geröstet. Je, tolge. Geröstete Antilope. Gut. Mal sehen, ob dir das schmeckt. Nam, 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 nam. Das freut er sich. Das deute ich mal als Ja. Dann müssen wir uns wohl bei Apokrates bedanken. Lecker und Belope. So gut. Weißt du, was du bist, Torgal? Ein riesiger Welpe. Gemein. Oh. Du kannst den Knochen ruhig mitnehmen, Torgal. Charon wird sich freuen zu hören, dass du wieder frisst. Komm, Junge. So. Streicheln wir mal hier ein bisschen. So, komm mal her. So. Ich gehe jetzt zurück zu Charon, aber wenn wir schon mal hier sind, bitte. Wenn dieser Mann nicht behandelt wird, wird er sterben. Alle hier einen Schatten geschlagen, hier. Wir kommen zur Rettung. 穿 co Geoff. Gleichfalls Cleve. Otto hat gesagt, dass ihr Probleme habt. Ärger mit Ak historischen? Einen Riesenärger sogar. Nachdem der Himmel dunkel wurde, haben wir von ihnen Besuch bekommen. Es waren so viele. Sie wollten auf den Hügel. Geschafft haben es zwar nur ein paar, aber das waren schon genug. Der Rest ist immer noch dort unten. Wir haben zwar willige Kämpfer, die sie zurückhalten, aber es sind einfach zu wenige. Was denkst du, Clive? Dass wir mitkämpfen sollten. Auf euch ist immer Verlass. Also, ich brauche euch am gefallenen Tor. Dort sind die Kämpfer am schlimmsten. Sagt dort gleich, dass ihr helfen wollt. Die Männer werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Schon unterwegs. Helfen die Männer dann auch oder stehen die bloß doof daneben? Die Flammen des Krieges. Schön. So, jetzt können wir Bahamuts fähig entlassen. Mal sehen, wie ich mit klarkomme. Die Barrikaden hier sind neu, ne? Die waren früher auch nicht. So, die typischen Backen-Futter. Wo seid ihr? Das sind alle drei Leute? Clive, verletzte. No. Wir kümmern uns zuerst um die Akasischen. Dann kommt mal her. Ach, falscher Facker. Hier war die Mänen. Hat was gebracht? Ach, das ist auch nicht. Handlos, ein Mega-Flair. Oh, nett. Nett, nett, nett. Halt sie nahe hin. Also, die Attacke ist immer noch der Überbringer. Der obermäßige Feuer. Phönix, Attacken, Dings. Stufe 35, yeah. Die sehen nicht aus wie angeheuerte Söldner. Falls ihr hier stehlen wollt. Nein, ihr irrt euch, Lord Rossfield. Wir sind auf Marthas Geheiß hier. Ihr kennt meinen Namen. Vergebt mir, Milord. Bitte lasst uns alles erklären. Wir gehören zu den Hütern der Flamme. Waits, Männer? Aber warum seid ihr hier? Und wo ist Sir Wait? Er ist mit einem Spähtrupp aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Akasischen kommen. Verstehe. Bringt die Verletzten zurück. Marta wird sich um sie kümmern. Wir kommen nach. Müssen wir jetzt auch noch zu Sir Wait? Sie für Banditen zu halten, wirklich. Schöne Belohnung nach ihrem Kampf gegen die Horde. Wann sind Wait und seine Männer eingetroffen? Kurz nach dem Fall von Rosalith. Sie haben mich gebeten, ein Paar ihrer Heimatlosen aufzunehmen. Sie wollten gerade weiter, als sich der Himmel verfärbte. Und von da an saßen wir im selben Boot. Marta! Ärger! Der Spähtrupp ist fast am Lift! Aber die Akasischen sind ihnen dicht auf den Fersen. Und sie haben Verwundete dabei. Sie schaffen es nicht! Verdammt nochmal! Wir übernehmen das, Marta. Kümmere dich um die Verletzten. Wer noch kämpfen kann, soll zum Lift kommen. Mach ich. Passt auf euch auf. Meine Brüder! Schnell! Ja, so ganz Barmutz hat jetzt nicht so reingeknallt, wie ich es erwartet habe. Ich habe mich auch noch nicht richtig getroffen. Muss sich ja immer erst dran gewöhnen. Da sind wir. Knappe! Bring all die, die noch laufen können, mit dem Lift zu Marta! Was ist mit... Das war ein Befehl, Oskar. Sir! Sir, warte! Lord Rossfield! Was für ein willkommener Anblick! Marta meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen. Und wie es aussieht. Wir wollten uns vorbeischleichen. Wir wussten nicht, dass es so viele sind. Wie denn auch? Hinter euch! Eine Schildkräuter? Nicht nur das. Wir retten sie. Kämpft ihr mit uns, Sir Wade? Aber immer. Dann tun wir unsere Pflicht. Das ist ein fucking Schild, Brüder. Ich muss echt trafen, oder? ich bin ein bisschen lustig und her na komm schon, fass hin da mega flare wo soll sie denn hin? na, was macht sie? aus der sterben wo ist der Rest? da ist noch was kleines oh, noch keiner komm schon ah, die liegt ja immer noch auz, aha na, Kase, Schimmelzwung das steht doch gut schon wieder habt ihr mich aus den Flammen gezogen ein Jammer, dass sie mich magisch anziehen ihr seid nie vor Gefahren zurückgeschreckt, Sir Wade ihr seid ein Schild, durch und durch wie ich sehe, seid ihr unversehrt Martha ist was passiert? die Speer haben Rauch über Eastpool aufsteigen sehen dicht und schwarz eine zweite Horde also bringen wir es zu Ende? immer wir gehen sofort nach Eastpool könnt ihr euch um die Verletzten kümmern? das schaffen wir schon ich folge euch sobald ich kann viel Glück erst mal bringen wir ihr noch ähm, den Goldklunker da das Juwel da das Sternrubin, da steht's ja aber wir müssen ja eh dazu hoch, ne? ja dann passt das dann passt das doch diese Kreaturen haben in dieser Welt das lief gut, ne? jetzt, also meine Brüder was das ist nicht alles so automatisch wie bei den Attacken des Phönix komm endlich! mein Freund braucht Hilfe, sonst stirbt er! okay ach, jetzt können wir die Nebenaufgabe gar nicht abgeben weil sie ja da unten ist na gut dann müssen wir doch erst wenn dieser Mann nicht behandelt in Richtung Eastpool aber das machen wir erst in der nächsten Folge diese ist leider wiederum vielen Dank fürs Zusehen hier geht's wie gewohnt demnächst weiter und bis dahin macht's gut und bis bald dann dann ich da